Willkommen zu unserem Video über den besten Akkustaubsauger auf dem Markt. Heute werfen wir einen genauen Blick auf die Spitzenmodelle, die nicht nur durch ihre Leistungsfähigkeit, sondern auch durch ihre Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit überzeugen. Ob für schnelle Reinigungen zwischendurch oder die gründliche Pflege ihres Zuhauses, ein guter Akkustaubsauger kann den Unterschied machen. Bleiben Sie dran, um herauszufinden, welches Gerät Ihre Reinigungshutene revolutionieren könnte. Ich möchte klarstellen, dass dieses Video kein Vergleich darstellt, sondern eine einfache Präsentation der besten Produkte auf dem Markt, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, zögern Sie nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Roadme S2 Der Roadme S2 Akkustaubsauger wird in verschiedenen Quellen für seine beeindruckenden Eigenschaften gelobt. Besonders hervorzuheben ist seine starke Saugkraft von 130 Watt und eine lange Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten, die ein ausdauerndes Reinigen ohne häufiges Aufladen ermöglicht. Er bietet zudem eine magnetische kabellose Ladefunktion und eine intelligente App, die hilfreiche Erinnerungen liefert. Trotz dieser Vorteile gibt es wenige spezifische Nachteile, die in den analysierten Quellen erwähnt wurden, was darauf hindeutet, dass der Roadme S2 bei den Nutzern gut ankommt. Nutzer-Diskussionen und Bewertungen auf Plattformen wie Reddit bestätigen die Effizienz des Staubsaugers bei der Entfernung von Schmutz, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, und betonen die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz des Geräts. Shark Detect Pro Der Shark Detect Pro Akkustaubsauger bietet fortschrittliche Reinigungstechnologien und wird für seine leistungsstarke, aber leichte Konstruktion gelobt. Er verfügt über eine Quad-Clean-Multi-Surface-Bürstenrolle, die auf verschiedenen Bodenarten effektiv reinigt. Zu den Vorteilen zählen eine verbesserte Schmutzaufnahme und die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Verschmutzungen anzupassen, was bis zu 50% bessere Schmutzaufnahme ermöglicht. Allerdings gibt es auch Nachteile, wie die Lautstärke während des Betriebs und eine Batterielaufzeit, die für manche Benutzer verbessert werden könnte. Insgesamt ist der Shark Detect Pro ein leistungsstarker Staubsauger, der durch seine Vielseitigkeit und einfache Handhabung überzeugt, aber in einigen Aspekten wie Lärm- und Akkulaufzeit noch Verbesserungspotenzial hat. Kenmore Elite CSV Max Der Kenmore Elite CSV Max bietet als Akkustaubsauger eine beeindruckende Kombination aus Leichtigkeit und Leistung. Zu den Vorteilen zählt seine extrem leichte Konstruktion, die ihn einfach zu handhaben macht, insbesondere bei der Reinigung über dem Boden oder auf Treppen. Der Staubsauger bietet zwei Geschwindigkeitseinstellungen und eine Laufzeit von über 40 Minuten, was ihn effektiv für die Entfernung von Tierhaaren und anderen Verschmutzungen auf verschiedenen Oberflächen macht. Zudem ist er mit einer LED-Batterie-Statusanzeige ausgestattet, die nützliche Informationen über den Ladezustand und mehr bietet. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass der Staubbecher relativ klein ist, was häufigeres Leeren erfordert, besonders bei intensiver Nutzung. Obwohl er eine hohe Saugkraft hat, könnte die Lautstärke in den höchsten Einstellungen für manche Benutzer störend sein. Insgesamt ist der Kenmore Elite CSV Max für diejenigen geeignet, die einen leichten und leistungsfähigen Staubsauger für schnelle und effektive Reinigung suchen. Dyson V15 Detect Der Dyson V15 Detect wird für seine fortschrittlichen Reinigungstechnologien und die effiziente Stauberkennung gelobt. Der Staubsauger verfügt über eine Lasertechnologie, die selbst mikroskopischen Staub sichtbar macht und somit eine gründlichere Reinigung ermöglicht. Zu den Vorteilen zählen seine starke Saugleistung und die effektive HEPA-Filtration, die allergene und kleine Staubpartikel effizient einfängt. Einige Nachteile sind der relativ hohe Preis und die Tatsache, dass die Unterschiede zwischen den Modellvarianten hauptsächlich in der Anzahl der Zubehörteile liegen, was die Wahl zwischen den Modellen erschweren kann. Trotz dieser Punkte bietet der Dyson V15 Detect eine beeindruckende Reinigungsleistung und innovative Technologie, die ihn zu einer attraktiven Wahl für diejenigen macht, die nach einem hochwertigen kabellosen Staubsauger suchen. Dyson V12 Detect Slim Der Dyson V12 Detect Slim ist ein leistungsstarker und kompakter kabelloser Staubsauger, der insbesondere für seine Fähigkeit, unsichtbaren Staub aufzudecken, gelobt wird. Zu den Vorteilen gehört die präzise Beleuchtung, die Staub auf Hartböden sichtbar macht, und ein Pizosensor, der Staubpartikel zählt und bei Bedarf die Saugleistung automatisch anpasst. Das Gerät bietet bis zu 60 Minuten Laufzeit pro Ladung und ist mit einer HEPA-Filtration ausgestattet, die 99,9% der mikroskopischen Partikel einfängt. Als Nachteile werden der hohe Preis und die Tatsache, dass das Gerät trotz seiner Kompaktheit für manche Nutzer immer noch als sperrig empfunden werden könnte, genannt. Trotz dieser Einschränkungen bietet der Dyson V12 Detect Slim eine beeindruckende Reinigungsleistung und vortrittliche Technologien, die ihn zu einer starken Option für diejenigen machen, die auf der Suche nach einem effizienten und tiefenreinigenden kabellosen Staubsauger sind. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Inhalte zu verpassen. Ihre Unterstützung hilft uns, weiterhin großartige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.